Wir sind so allein, so unendlich klein, im endlosen Eil. Zuerst waren wir frei, mit Fell und Geweih, doch dann kam der Fall. Sex, Angst, Blut, Gold, Ruhm, Macht, Gier. Willst du ein Mensch sein und kein Tier? Hol dir Gott in dein Revier, dann wird das Mensch sein zum Schabott. Tiere wurden keinen Gott, keinen Gott. Der Himmel war leer, der Mensch wollte mehr, das Schicksal war klar. Jetzt sind wir entstellt, denn nun ist die Welt der Hölle so nah. Sex, Angst, Blut, Gold, Ruhm, Macht, Gier. Willst du ein Mensch sein und kein Tier? Hol dir Gott in dein Revier, dann wird das Mensch sein zum Schabott. Tiere wurden keinen Gott. Heutzutage sind für Arten, die sich selbst verraten. In den Glauben flüchtern, um sich hinzurechnen. Menschen brauchen Kattern, um sich zu verlettern, um sich zu verlettern. Das sind wir. Willst du ein Mensch sein und kein Tier? Hol dir Gott in dein Revier, dann wird das Mensch sein zum Schabott. Tiere brauchen keinen Gott. Willst du ein Mensch sein und kein Tier? Hol dir Gott in dein Revier, dann wird das Mensch sein zum Schabott. Joe, es ist deutschland, um sich zu verlettern. Sie bekommen keinen Gott. Sie brauchen keinen Gott. Kaia-Tacke sind für Arten, der Mann hat die sich selbst verraten. A? Jetzt hat es nicht verraten. Du, sie sich selbst verraten. cents. A? Die sich selbst verraten. Ich habe ein Training builder, um sich zu verraten. Die sich selbst verraten.